Willkommen zurück bei God of War 4. So wir gucken mal was da oben abgeht. Ich glaube der Zwerg hat gerade gerufen da oben. Und? Ja natürlich. Du kannst unsichtbar sein. Ich habe die Fähigkeit in die Zwischenwelt zu treten und euer Hirn versteht nicht was es sieht und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es die Waffen die wir fertigen benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert das wohl nicht. Sein Bruder hat gefragt ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauchst ein Atem nach Med? Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel nachdem das Wasser sah. Die Zwischenwelt. Kein Wort. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Zeichen der Zwerge plus eins. Aha. Was macht das? Ach scheiße. Zum Geschäft. Falsche Taste. Was kann ich denn verbessern? Wo ist die Wurstung? Ah wo ist die Wurstung? Die kann ich noch nicht verbessern. Und was hättest du denn? Bogen habe ich? Ne habe ich auch noch nicht ganz verbessert. Oh da fehlt mir Stahl. Zurück zu dir. Die will ich eigentlich jetzt noch nicht verbessern, weil... Was habe ich denn da? Was habe ich denn da? Ich habe überhaupt keinen Stein drin. Was ist denn die Kagi? Oder wird der gerade noch nicht angezeigt? Achso. Es gibt mehr Zauberplätze. Ne. Ich würde das gerne herstellen. Aber da fehlt mir noch ein bisschen schwelende Glut. Von daher muss das erstmal reichen, was ich habe. Diese Würmerrüstung verkaufe ich mal. Die eh nicht anziehe. Ja. Hier unten. Diese grünen Kram kann ich eigentlich auch verkaufen. Jetzt biete ich mir meine Wüsten. Fort mit dem Crap. Wie das gerade aus große Taschen hat. Ja, das war der Kram. Meister Trinz. Womit kann ich die? Axtknauf? Kann ich da was verbessern eigentlich? Welchen habe ich überhaupt ausgerüstet? Tödlicher Griff der Vitalität. Der hat schon 5. Den kann ich nicht weiter verbessern. Okay. Talisman aber. Den habe ich ausgerüstet. 17,5. Ja, ich glaube das kann ich mir mal leisten, oder? Sehr schön. Das ist das Maximum. Du hast es nicht eilig? Wollen wir hier los? Hm. Vielleicht muss der Bub drauf schießen. Ich muss es drehen. Da war ich wahrscheinlich nicht schnell genug. Aber das ist der Sinn der Sache. Da stehe ich jetzt gerade nicht. Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat denn nichts mit herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Ich gucke mich ja trotzdem erstmal. Gibt es hier noch was anderes? Samuel ist denn wirklich auf Juwelen, was? Sogar sein Bart war damit geschmückt. Ich finde er sieht irgendwie attraktiv aus. Naja. Für einen schneebedeckten Togen. Hm. Achso. Alles klar. Mein Name ist hier. Jojo. Alles cool, Digge. Achso. Ich sehe etwas da drüben. Hm. Achso. Ich kenne jetzt darüber, ne? Siehst du dir das mal an. Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Achso. Ja. Sieh dir das mal an. Oh. Von den Springern. Widerlich. Oh. Der Gestank. Bedeckt von Gott weiß wie vielen Tierchen. Aber eine prächtige Rüstung. Mal sehen, ob ich was Hygienischeres daraus machen kann. Ja? Neue Rezepturen freigeschaltet. Bitte behandle den Wettstein mit der größten Vorsicht in den Haft. Er ist eine unbezahlbare. Er ist Vorsicht. Kann ich hier machen. Brustschild des Springers. Was ist denn besser hier drin? Äh. Legendär. Und episch. Hm. Ich glaube. Episch ist besser als legendär, oder? Also hier in dem Spiel. Aber das ist mehr so ein Abwehr-Ding, ne? Die will ich sowieso nicht haben. Nö. Äh. Gar nichts? Oh. Na gut. Jetzt wollte ich auch mal gucken. Ja, ich habe überall Zauberplätze belegt. Gut. Gut, gut. Was ist das hier? Huxilber. Dann mal rüber da. Nö. Nichts mehr. Okay. Hey, du setzt da hoch. Geh nicht wieder runter. Wollen wir in das Gebäude? Ja. Ist da drin etwas, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Hm. Ich überlege weiter. Nein. Wir wollen den Hammer da runter lassen. Würde ich vermuten. Wenn der Hammer fällt. Und weiter rüber. Na, war klar, dass das auch wieder irgendwo reingeht. Was ist jetzt? Der dreht sich rum, der Sack. Alles klar. Du kannst es auf den Weg. Ich bin der Hö infectious. Oh, der Wind ist wirklich nicht. Oh, der Wind ist nicht. Ich bin der Wind ist. Nö. Da ist doch nichts zu sehen! Mach den gar nicht drauf, oder? Hey, 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 da oben ist ja noch einer. Kacke, jetzt haben wir auch voll erwischt. Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Der hat auch fiese Tricks drauf, du! So ein paar Angriffe, da habe ich gar nicht mit gerechnet. So, was haben wir denn hier alles? Was ist denn da oben, das? Wozu? Was macht das? Hey! Kein Plan! Ach so, dann muss ich hochklettern wahrscheinlich. Okay, okay, ich verstehe. Dann muss ich hier durch das Tor. Was los ist hier kalt, Jungen? Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Wannerhelden aufzuhandeln. Dieser Krieg und so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Warte mal. Da komme ich nicht hoch, ne? Ach scheiße, jetzt habe ich das eingesammelt. Egal. Halt, halt, halt. Wir müssen noch nie mit dem Ding. Bleib stehen, Kratos. Nur einmal kurz anschieben, dann schiebt er erstmal ne halbe Stunde. Hallo. Ähm. Muss ich das doch überschieben? Nö. Steht doch ganz gut so. Hm. Da ist ne fette Kiste. Deswegen. Äh. Nicht runterfallen. Da ist ne fette Kiste. Deswegen. Äh. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja. 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 Na. Ja. Ja. Äh, schwerer Rundangriff gucke ich mir mal im Menü an. Frostsägen. Die Axtangriffe werden kurz mit kleinen Explosionen von Frostschaden verstärkt, außerdem erhalten sie einen Bonus auf Runenkraft. Och nö, ich mag meinen Ambus. Der ist geil. Habe ich auch schon auf 3 verbessert. Können wir sonst noch was machen? Nö. Dann gucken wir erstmal weiter. Bisschen sind da jetzt nicht mal mit. War ein digger Hammer ey. Warte, das sieht interessant aus. Was denn? Wo denn? Was denn? Wie denn? Möchtest du übersehen? Du spinnst doch. Höh! So, ich muss hier irgendwo... Lang klettern. Guck mal einer an, da oben ist ein Kristall dran. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht... Zünden. Hm. Ja, mach doch mal. Komm mal. game- rotzorigineind самых vielleicht irgendwie habe ich auch immer. War's nicht so hoch. Später. Wie komme ich den da durch? Wahh, vielleicht sind hysterja. So, das Ding muss ich irgendwie ins Wanken bringen. So. Oh, den größten Teil haben wir. Noch mal. Ah. Oh shit. Ach, echt jetzt? Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Wie kann ich denn da oben den Kristall? Hm. Komm da nicht dran. Scheiße. Ja, ein Stück zurück? Nee. Das ist extra so gemacht, dass ich da nicht dran komme. Da müssen wir uns erstmal da hinten bis zum Riemen durchkämpfen. Naja, jetzt sind die Eiszapfen da auch weg. Sehr schön. Jetzt muss ich wohl da hochklettern. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Gut. Oh, hier geht's auch ein. Was ist denn das hier? Wie drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet? Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. Junge, Junge, das ist aber... Ach, da. Das ist aber eine ganz schöne Kletterei hier, du. Hm. Joa. Sind schon ein paar Meterchen. Ups. Festhalten. Oh, da ist der Riemen. Sehe ich denn den blauen Kristall? Ach, der war auf der anderen Seite, ne? Komm ich natürlich nicht hin jetzt. Na denn? Mission. Mission. Ah, dieser Plan ist keine gute Idee. Stillkommen. Schwenk! Das war toll. Ist nur ein Stück weit gefallen. Wo ist sie denn jetzt? Blauen Kristall sehe ich immer noch nicht. Für irgendwas ist der noch gut. So, bevor wir jetzt hier reingehen, muss ich leider einen kleinen Cut machen. Und was da drin ist, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann. 유�rig today. Is da dann? Und wie? Vielen Dank.